ok dann ja willkommen zur ersten runde das muss man überhaupt machen das ist ja schon ach so du hast schon mal gespielt oder so wir sammeln erst mal okay können wir uns eine axt und so bauen dann sammeln wir einfach erst mal sachen noch keine ahnung wie sammelt man genau so mit space okay so ein bisschen fortnahmisch einfach draufklicken also mit der mit dem ost das genau beim bau meck hat er um der sowohl zu groß zeichen axt okay wir haben sich schon mal wir werden definitiv auch essen brauchen und sowas wie hast du die axt gebaut oben links kannst du bei tools draufklicken und dann siehst du da die axt und da steht was du brauchst einmal so ich brauche steine noch cool dann kann ich bestimmt die bäume fällen ja man ist ja früher in der steinzeit wirklich nur so um gerannt so ein bisschen gras sammeln hast du jetzt steine gefunden ne immer noch nicht immer einfach in irgendeine richtung und gucken ob wir die steine finden ich glaube ich sehe welche jawohl jetzt ist das tool auch so super dann kann ich auch bäume fällen bestimmt ich denke wir müssen auf alles achten auf unsere nahrungsaufnahme das stimmt wir haben ja rechts auch anzeigen das aussieht mit dem magen und herzen oh ich habe einen baum gefällt so das mache ich den nächsten platt oink 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 kannst du hier sogar weiterbilden glaube ich noch weil diese gehören anzeige die da ist mit so fallen da unten das ist ja ich glaube das ist die wie ob du verrückt wirst super jetzt müsste ich auch ein feuer machen können genau jemand feuer für uns oh ja das finde ich gut sehr schön natürlich wollen wir wenn wir feuer haben wollen wir ja und hütchen rauchen brauchen man muss ja gras sammeln so was haben wir hier so mal gucken wo du bist wir schon muss die figuren sehen echt witzig aus und das stimmt kastanien sehr cool noch ein gold nugget so jetzt hat er den auch ausgeräumt wo er ist aber fleißig der junge so alles was ich unten drin habe das ist ja das was ich so benutze ich muss da mal weg hier nicht dass mir ja den einer im kopf aus alles was da unten ist das was wir gesammelt haben genau kastanien und so so tools kann ich keine neuen herstellen immer wenn es grün ist kann man was machen genau ok oh something by me stand da that's presence oh bin ich jetzt tot elektronik was kill by darkness ich auch oh wahrscheinlich mehr am feuer sein müssen stimmt das habe ich ganz vergessen dass man nachts ja auch aber das ist nicht so schlimm wir nun da ich glaube wir erscheinen wieder direkt da so ich habe das auch so gemacht dass ich ich habe das auch so gemacht dass ich gleich resettet habe ach so ich habe auch noch gar keine achse muss erst mal einsammeln ja ach so wir das hätten jedes mal beim sterben ja also der hat gesagt server restart in 116 minuten und dann habe ich gesagt er soll gleich starten ach so irgendwie oder irgendwie so ist ja auch nicht schlecht ne steine so jetzt können wir eine achse bauen oh hier gibt es wasser build oh ich habe eier gesammelt so jetzt kann ich uns ein feuer machen das ist glaube ich gar nicht schlecht das brauchen wir auf jeden fall dann nachts ja ok noch ist ja tag stimmt dass man sieht ja oben rechts den anzeiger so bienen kann ich nicht kein honig sammeln ok was gibt es hier noch kräuter sammeln schöne pflänzchen wo hier einen baum fällen müssen wir erst mal daran gewöhnen dass man überhaupt space einfach nur gedrückt halten muss ich habe mich gewundert warum schlägt der denn so komisch wo bist du denn ich bin hier oben irgendwie auf der wiese ach wir können uns auch komplett verlieren so wie es aussieht ok dann sollten wir wahrscheinlich wirklich mehr zusammen bleiben oder so ne kann ich dich eigentlich sehen oder orten ich bin mir nicht sicher kannst du ja mal drücken für die karte ne das sehe ich nur doch warte mal äh was ist das denn ich gehe mal links rüber weil da ist so ein komisches symbol aber ich weiß nicht ob das symbol bedeutet dass du das bist du gehst unterhalb schenke ah ne da ist das tor ach du bist beim tor dann können wir uns beim tor treffen genau treffen wir uns mal beim tor und dann dann wissen wir immer genau dass wir zusammen losziehen müssen äh oder da können wir uns ja mal wieder treffen genau so können wir ordentlich hier holz für die nacht sammeln oh wir können sogar zu zweit am baum rumklöppeln ja das ist wohl gut das sieht gut aus ja das ist aber arbeitssicherheit gar nicht gegeben aber egal war halt früher so ne genau so dann lass uns mal hier ein bisschen gucken und sammeln ja ich glaube aber wir müssten auch gleich feuer machen das ist schon nacht ne guck mal oben ist noch oh ja tag oder naja aber nicht mehr lange also der zeiger zeigt schon ganz nach unten wir können gerne auch schon mal feuer machen dann mach ich hier auch noch mal kurz das gleich wird es auf jeden fall dämmerig oh ja machst du eins baue ich uns hier mal ein feuer ein super hier nehmt ihr auch mal hier was zum essen da ist auch noch eine karotte oh das stimmt lecker beeren muss ich beim feuer eigentlich irgendwann holz nachwerfen oder geht das automatisch ne müssen wir hm ich will nicht zu weit weg gleich am anfang weg gestorben sind aber jetzt sagt mir nichts an wenn ich am feuer bin also weißt du kannst einfach aus dem inventar so rein werfen ah ok ah cool ah ich hab erstmal was gegessen oh das ist gut du kannst es auch braten und so manche sachen direkt am feuer mit zart direkt am feuer mit zart hast du genug zu essen? ja ähm hab ich also morgen ist auch voll das ist super so so the fire is getting a bit low ok the fire is getting a bit low schmeißt einfach was rein ah jetzt machen wir richtig fettes feuer alter aber sowas von oh so so ein bisschen verkohlt ich war zu nah dran haha wir können ja dann auch mal ähm ach ja man kann Ofen bauen Winter Fiesentable ok aber jetzt wird es dunkel jetzt gehe ich mal lieber ein bisschen eher ans feuer ran vielleicht überleben wir die erste ne ich koche mal ein paar Kastanien hier das ist gut so das sind Beeren oh zu nah dran das will er nicht so so alter was machst du von mega mega feuer naja oh der pilz ist so das ist voll lustig ey pflückt da so einen kleinen Pilz freut man sich voll so ein bisschen Steinzeit sims irgendwie definitiv ja es ist noch nicht richtig dunkel kann das sein ja wir haben die Nacht überlebt hey cool cool es geht wieder bergauf ja dann komm mal hier durch die Gegend latschen und Sachen sammeln hm oh meine Axt ist kaputt muss man eine neue bauen Feuerholz kann man hier genug haben Klöppel 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 ja du kannst ja auch eine Rüstung bauen und sowas mhm aufs Gras oh sehr effektiv hier sind nochmal Steine ok ok aber ich kann noch nichts groß bauen ne wir brauchen ja wir müssen ja auch dann erforschen Science mhm dafür brauchen wir aber noch ein Goldnugget und Steine ah ok auf jeden Fall habe ich hier ne Möhre gefunden das ist Ruhe Charakter sehen ganz lustig aus oh was war denn das oh hat er gesagt ja da habe ich wahrscheinlich an der Rose gestochen oder so ja ich sammle noch ein bisschen Gras mhm ah jetzt wirst du mir angezeigt dass du links bist mhm aber ich glaube wenn wir zu weit weg gehen dann wird es nicht mehr angezeigt mhm ah du hast sogar eine Spitzhacke ja kannst du dir auch eine bauen na ich habe bei mir steht immer nur noch Axt als Tool Spitzhacke fehlen mir noch brauche ich nochmal Steine ach hier liegen ja welche hier sind doch Steine ja cool wie kann ich die wechseln einfach im Inventar rechts drauf klicken ok mit der rechten Maustast mhm jetzt habe ich gar keine Werkzeuge mehr du hast noch die Axt in der Hand ja aber aber ich sehe im Inventar keine Spitzhacke keine Axt zum Tools zum Herstellen also eigentlich unten in dieser Leiste ne da steht dann Spitzhacke wahrscheinlich mit 100% ah alles ja bei mir da ist sie ja genau ah ok rechte Maustaste und dann funktioniert das genau ich esse mal eine Möhre hier und ein paar Beeren super ach ja das Essen wird ja auch schlecht mit der Zeit oh nein es wird wieder dunkel oder dann mache ich uns mal ein Feuer ja ich sage ja hier noch ein bisschen Gras ich sage ja hier noch ein bisschen Gras oh hier gibt es eine Menge Gras mhm würden sich manche aber freuen oh ich sag's ja ja wir können ja einfach ein bisschen schneller weiter latschen weil jetzt können wir ja noch nichts machen wir brauchen ja die ach erstmal die ganzen komischen Sachen mhm müssen halt nur aufpassen dass wir nicht so weit weg laufen dass jetzt zu dunkel wird ne das stimmt ja laufen wir wieder Richtung Feuer ja so habe ich denn hier meine Axt kann man die eigentlich auch ach das geht auch man kann sie auch mit den Nummern Tasten auswählen die Sachen die man im Inventar unten hat oder in dieser Leiste ah cool so Tools na ich glaube ich bleibe erstmal lieber am Feuer so was haben wir denn hier unten einfach Twix sind Äste wahrscheinlich ne mhm mhm Pinecone sind ähm Zandzapfen Seeds kann man essen so so Roasted ah ich habe hier auch was geröstet lecker so NRG ist wieder voll aufgeladen sehr gut aber ist cool das äh steht ja auch ähm examen examen ne irgendwie das das kannst du benutzen dann kannst du es einmal essen sehr quick examen genau super ja und müssen ja nur die Nacht über stehen und dann geht es schon weiter ja aber meine geistige Gesundheit ist ganz schön hinüber ja oh ok ah oh nein da kommt es ah ich habe dir was gegeben bestimmt hm und ich habe dir mein ganzes Feuerholz glaube ich gegeben warte möchte es ist big it's heavy man kann ich das da nicht reinschmeißen doch hier kommen die Monster oh siehst du die auch ne ok dann bin ich nur verrückt ich weiß gar nicht wie man das heile macht die verrücktheit vielleicht mit unterschiedlichen Nahrungsmitteln oder so das kann auch sein naja Tag 3 haben wir überlebt genau so so ich brauche jetzt nochmal Steine dass ich mir eine Axt bauen kann ah ok ich kann dir welche gehen mhm oh ja jetzt habe ich alle naja gut noch nichts kannst du haben dacke super aber gleich hier Feuerholz hier ein bisschen Gras sammeln wieder Gras ja Gras und noch mehr Gras ja hier nochmal oh ich kann jetzt auch zum Überleben was bauen was ist das denn ich habe irgendwas ach ne Falle habe ich äh gebaut ah ja ok Science können wir noch nichts machen ne Wasser brauchen die irgendwie gar nicht ne ne Wasser nicht nur Essen ja ich finde die voll witzig wie die da so rumhüpfen richtig geil oh ja eine Falle kann man echt bauen mhm das ist ja cool ach hier unten geht es ja nicht ein Flair kann man auch bauen oh ein Hip Hopper ja es gibt einiges mhm aber wir brauchen immer noch ein Gold Nugget mhm damit wir Science Bank also Wissenschaft betreiben können ich habe cool dass man sich gegenseitig auch die Ressourcen geben kann gerade was so Nahrungsmittel und so angeht das stimmt schon ganz cool gemacht das ist ja witzig man hält einfach die Leertaste fest und der macht hier alles von alleine mhm fand ich auch gut mir ist das nur aufgefallen weil ich immer drauf gedrückt habe ich dachte ja was ist denn da warum geht das denn nicht ah jetzt muss man eine neue Axt bauen so 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 oh ja das Symbol an der Seite wird immer kleiner und kleiner bis man dich wahrscheinlich nicht mehr sieht ja ist schon auf jeden Fall so schon besser weil man sich nämlich aus den Augen verliert hat man ein Problem hier unten die rote Rose hier da bin ich vorhin ran da bin ich vorhin rangegangen und dann hat er Aua gemacht mhm Aua ja ja also da sollte man wohl aufpassen oh guck ich habe mir eine Rüstung gemacht oh stimmt kann ich mir jetzt auch bauen Grasrüstung jetzt dämmert es ja noch das geht noch aber ich glaube bei Nacht muss das Feuer auf jeden Fall da sein ne genau ist deine Verrücktheit besser geworden oder ne aber es kann auch daran liegen weil ich diesen Pilz gegessen habe das kann sein ja jetzt bin ich schon bei 49 nur noch oh guck mal hier was äh was hast du gefunden warte mal komm mal mit das können wir ein paar Beeren essen oh was ist das denn ich habe keine Ahnung hm ich kann es auf jeden Fall mitnehmen das ist schon mal gut wir laufen über so ein Schattenmonster über den die Map hm hier ist eine Möhre also ich kann es nicht tragen zu zwei äh alleine ja na doch schon hm ja warum hat sie jetzt ein Teddy in der Hand das ist meine Waffe ha wie geil ist das denn ich weiß gar nicht was der Teddy macht hm so ich mache uns gleich nochmal ein Feuer ne bevor es Nacht wird ja vielleicht muss sie jetzt auch einfach mal ähm näher am Feuer bleiben das ich kann hier auch mal eins machen vielleicht hilft das vielleicht muss man sein eigenes machen mhm oder ne Fackel habe ich hier auch ja ne Fackel habe ich auch gemacht aber Fackel und Axt beides kann er glaube ich nicht tragen ne leider nicht oh ich habe einen Vogel getötet jetzt habe ich Fleisch oh gebe ich dir oh danke schön hast du das gegessen? ja ja na da kennst du mich doch das ist richtig gut mit der Axt oder? ja das Vieh schlief da ah super ja ich weiß wirklich nicht wie man die die deine geistige Gesundheit aufrechterhält hm oh gleich wird es wieder hell ne oh my light just ran out müde wären die nicht ne weil da ist so ich habe mir einen Hut gebaut ja weil irgendwie ähm wirkt meiner so ein bisschen als wenn er müde gewesen wäre oder meint ach ne warte mal my light go out meinte er bestimmt die Fackel lähmt das kann sein das kann sein ja so ich suche uns jetzt hier Gold ah gut Nahrung wäre auch gut Gold, Nahrung alles ja ich mache hier Holz hier mal den Wald ab ja ein paar Steine oh ich habe einen Gold mal weg dann können wir das hier zu irgendwo hin bauen ah können wir zu irgendeine Base machen cool das ist echt krass ne wenn du ein bisschen weiter weg bist dann weiß ich nicht mehr wo du bist ja noch unten geblieben oder? mhm stimmt ja wir haben uns ein bisschen wieder aus den Augen verloren ne mhm da bist du ja so ich lass mal was fallen das kannst du mal bitte einsammeln mhm Cookie Crumbled mhm weil ich Papier kann Platz irgendwie mehr brauche ich auch nicht mhm warte mal ich muss noch mal ich esse mal was also jetzt habe ich es aber guck mal hier links gibt es so ein ein komisches Ding oh was ist denn das? weiß nicht Statuen ist das ein Monster oder? oh ja Vorsicht boah dich durch sonst wir haben ja noch gar keine Waffen stimmt aber Goldnuggets liegen hier rum ja ich habe die angesehen ich lass uns abhauen und dann brauchen wir mal irgendwo dieses Science Ding hin ja also ich baue es mal hier hin oder? ja super okay es funktioniert unsere wissenschaftliche Basis dann ja ja oh kannst du da auch dann hast du jetzt auch neue Sachen im Inventar? mhm ja ich kann glaube ich warte mal ne ich kann mir nur also eine Falle kann ich bauen auch wenn du das Ding hier anklickst? warte mal stimmt die müsste ja ja jetzt auf jeden Fall ach man muss in der Nähe sein dann refine refine magic oh man kann Rope machen boards cut stone das ist ja interessant oh ich habe einen Prototyp meiner Schaufel oh ja so cool oh und eine Mistgabe oh nein ich habe aber keinen Platz wir brauchen wir brauchen unbedingt brauchst du essen? hier ja gerne kannst du nämlich nicht mhm ja ich habe auch keinen Platz hier ach warte mal kann ich die nicht irgendwo konnte man doch auch ich lege hier mal was ab und dann so oh essen ist auch gut fürs Herz gleich das ist auch schön ah sehr gut so hm oh man kann sich eine Tasche bauen oh du kannst dir eine Tasche bauen und zwar unter da wo diese oh Gott ey ich kann nicht reden sprachenleeren Bubble wo das Seil ist da kannst du dir eine Tasche bauen und dann hast du rechts noch ein Inventar ah wie komme ich nah hin? also ich gehe auf den Zug was? äh wie kann ich denn das bei dem machen irgendwie? ja links hast du ja Survival ne? diese da wo das Seil ist da klickst du drauf ah ex halt warte mal ich muss hier mal was wegschmeißen so also in deinem Inventar links ne? hier dieses dieser komische Leiste genau einfach auf Survival auf dieses Strobe also auf die auf das Seil klicken und dann kannst du runterscrollen und da gibt es ein Backpack den kannst du dir basteln ne den habe ich noch nicht ich habe ähm und ghastly revival for a ghostly friend trap built a trap genau und dann scrollen wir weiter runter fishing road oh geil du kannst sogar ja stimmt ähm Kompass kann ich mir kann ich jetzt bauen ne doch nicht hier mal gold und da weiter runter ist dann auch die der Backpack hm stimmt straw roll ne gibt es hier auch und äh Backpack ja genau aber kann ich Prototypen den kann ich noch nicht bauen was fehlt dir denn ähm warte mal warte äh ich muss mal gucken ähm eins von von vier von diesem komischen Holz äh Stöckern ach dann besorg mal dir welche hm Twix genau von den Ästen genau da kannst du einfach niederprügeln und dann hier auch da ist es und können brauche ich mhm probiere ich mal es wird dunkel Mist ah scheiße oh nein und ich habe kein oh nein 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 nicht gut komm mal schnell zu mir ja ja ich hatte nämlich kein Gras mehr zum anzünden ha so super esse ich noch ein paar Früchte jetzt habe ich nicht mehr so viel zu essen egal ich bin noch ziemlich voll ja so sie haben sehr wichtig oing 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 kann man eigentlich dieses Gerät einpacken und mitnehmen da fragst du was erscheint nicht so das ja blöd ach man kann okay ich komme denn diese holzplanken machen dann können wir uns auch kisten bauen kisten ich habe so ein gold nugget sehr gut super hat sich erstmal in diesem menü zurechtfinden ist ja hier ich habe was fallen lassen pick up seeds ich weiß nicht was das ist jetzt sind einfach diese samen hier neben dir ach ja der seeds für samensand er ich kenne nur cedar und leecher was anderes okay so warte mal ich komme mal hinten mit aber da ist auch ein nest vielleicht kann ich das ausräumen vielleicht ich wusste von den vögeln angegriffen ja das ist ja eine falle ich gehe da drauf und dann siehst du auch immer so zähne so runde aufgehen die so science was haben wir denn da science machine ich kann auch noch mal das science machine bauen aber braucht ehrlich ich weiß nicht es sei denn wir wollen heute weiter dann könnten wir woanders scheinbar eine base bauen ein kompass kann ich bauen aber brauchen wir ja momentan auch nicht ich weiß nicht was der macht kannst du ja machen also ich baue uns mal eine ach scheiße ich muss auf jeden fall ein bisschen weiter rumlaufen weil ich habe nichts mehr zu essen ja aber mir sieht es auch schlecht aus aber warte mal ich komme mal mit dir mit dann trennen wir uns da nicht ja wir können ja einfach hier nach norden weiter es ist dunkel wird ich finde generell das spiel so ein bisschen dunkel da sieht man ja nicht so genau ja noch gar keinen guten rucksack gemacht wird auch irgendwas noch da gefehlt ich habe hier irgendwas was ich fallen lassen muss steine bestimmt aber ich habe mir fehlt aber noch mir fehlen zweige ich gebe dir mal kurz was so ich baue mal eine falle nicht wenn ich das nur wenn ich noch das material habe wo waren die und das weibel oder an die unter science warte mal und das zu weibel oder an die untertitel und das zu weibel oder an die untertitel ja mir fehlt noch gras sechs stück ich habe noch ah cool kann ich kann das irgendwie kommentieren da danke du kannst es aber auch du kannst auch direkt auf mich zeigen denn es steht da gif oder so ach so ich frage mich ob man auch irgendwie nur ein teil geben kann warte mal dann baue ich uns meine falle ich habe die hier mal aufgestellt die falle das ist ja super jetzt brauchen wir nur noch kannickel vielleicht muss man muss man da noch eine pick up track feuer holz ja habe ich Prozent für sich stück oder so das ist super mit muss ich auch groß hier nochmal einsam ja mit dem spiegel ich muss man sich auch echt beschäftigen hoch hast du ein baum gepflanzt ja ich fand es jetzt hier einfach so wollen gucken ob die kanätchen kommen doch bei nachts oder nein die gehen nachts weg und kommt tagsüber ach so ok so zumindest alles so aus als es gedämmert hat da ging die weg alter meine sanities nur noch bei 21 mal gucken habe ich noch irgendwas zu essen hier an quick equipped x-main x-main ja das ist echt scheiße ohne essen ja so dunkel ordentlich feuer hier war jetzt sehe ich auch schon so leichte schatten geister oh mein magen ich bin wahrscheinlich gleich tun du brauchst was zu futtern ich habe ja nur ein bisschen ich meine ich habe nichts aber ein fressen ist bei 43 warte mal ich koche uns hier mal ein paar kastanien ach du hast noch welche das ist ja super jetzt habe ich dir irgendwie alle gegeben ja das ist voll blöd ich esse mal zwei und dann gebe ich es dir mal zurück mhm mhm oh jetzt habe ich die runtergepackt naja nimm ruhig oh goll oh die ist bestimmt richtig holzig ey ja ich habe alle weggehauen alter ich bin fast tot ich muss weiter ich muss nur was zu essen suchen so ich komme mal mit ist ja jetzt wieder hell ach vielleicht kann man auch die kann man die blumen fressen oh ja blumen kann man auch lassen ach das kann man zerlegen naja ich hab oh ich hab ich hab einen Plan gefunden das ist ja cool oh ich sehe den Geist ja ja ich bin das ich bin tot wie du bist tot aber ich muss jetzt zurück zu dem komischen mhm mhm wiederbelebungsding mhm 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 ach du meinst du ist so weit weg mhm 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 angegriffen auch stimmt es ist so mal gucken ob ich mich wieder oder irgendwelchen komischen fröschen irgendwie doch nicht oh 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 steht er ja ich weiß nicht genau ja schade geht nicht doch eigentlich schon bestimmt mal kurz im internet ich sammle in derzeit mal ein paar bären ja genau und hoffe dass die mich hier nicht so extrem angreifen da kann ich mehr mehr tragen scheiße ich habe einen plan in der hand den muss ich mal beiseite legen ich legte mal nahe dem tor ab ja so und ich hole jetzt erstmals zu essen ja das ist nicht so ganz ach ich muss im steinkreis finden ok oh gott ok dann mache ich hier erstmal weiter und wir treffen uns dann am tor ja das ist gut ist das steinkreis naja ich war ja mal hier rum so so noch geht es scheiße ich muss mal irgendwas wegschmeißen was ich hier nicht brauche ach du hättest doch alles von mir einsammeln können auch meinen rucksack und alles ach siehste ich gucke gleich mal ob ich ob ich den rucksack bauen kann oh es regnet ja ich werde nicht krank das werden muss mhm fire pit oh kann ich jetzt auch gar nicht nicht gar nicht machen ach das ist ja blöd hier campfire kann ich auch nicht nö können wir keinen regenschirm bauen ne es hat aufgehört dann kann ich jetzt ein feuer machen oh ja dafür müssten wir uns dann irgendwie auch gebäude bauen und sowas damit wir es gibt so unterstände und kram mhm mhm oh mein gott ich finde keine wiederbelegung scheiße das ist nicht gut ich glaube man kann so das das einstellen beim äh spiel ob man wiederbelebt wird und wie man sich wiederbeleben kann und so da muss man ach da können wir uns beschäftigen so was haben wir hier torch equip x-min was ist das denn oh jetzt ist es finster mhm so wo ist denn wasser warte mal ich muss mir meine axt bauen hier dass ich mal schnell feuerholz machen kann ja wo haben wir denn jetzt keine axt gebaut hm wo haben wir denn jetzt keine axt gebaut wie hält ah jetzt hat er eine so was haben wir denn hier so was haben wir denn hier so hier gibt es so richtige straßen ah ich habe einen frosch gefangen nicht schnell mit der falle oder ja ja der ist in die falle reingegangen cool dann kannst du einen lecker froschschenkel machen ich weiß nicht ich kann den aber nicht einsammeln hier doch jetzt habe ich eine ach scheiße warte mal dann gehe ich mal ins feuer rein ne ne feuer ist aus jetzt habe ich die falle wieder gesetzt frog eats oh ich habe froschschenkel gegessen echt oh das sind gute proteine so dann esse ich jetzt nochmal schnell ne möhre und hack erstmal bäume ich frage mich ob ich einfach nochmal beitreten kann ich gehe mal raus hm und dann gucke ich mal ob ich einfach nochmal neu reinkommen kann ok was mich gerade hier so ein bisschen wundert äh ich weiß gar nicht wie man wie ich die ähm wie ich mein gehirn wieder gerade kriege ja das weiß ich auch nicht oder muss man doch irgendwie wasser oder irgendwas trinken ich weiß nicht ich glaube irgendwelche blumen haben da auch irgendwie geholfen aber ich es ist ja als wenn das hören wasser flocken schlägt so dann mache ich nochmal ein feuer build super und dann röste ich hier mal meine kastanien ich bin zurück als geist als geist zurück ja oh das ist ja blöd naja ich gammel dann hier nochmal also ich versuche mal so einen komischen mhm wiederbelebungskreis da zu finden oder kannst du mit einem neuen charakter wieder kommen ne irgendwie nicht also ich wüsste nicht wie ne mhm 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 getestet okay dann ja wem es gefallen hat daumen nach unten natürlich nach oben abonnieren glocke nicht vergessen